GELD, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto Invest, Ihr Partner für Anlagen- und Vorsorgelösungen. Einen guten Abend, willkommen bei der Sendung GELD. Diese Erfahrung müssen alle Eltern machen. Die Zeit, in der Kinder noch klein und dann plötzlich gross sind, geht im Schnellzug das Tempo vorbei, obwohl sie einige Jahre umfasst. Wenn Kinder älter werden, wird die Bindung zu den Eltern lockerer. Die Jungen werden selbstständiger und irgendwann ziehen sie zu Hause aus und wollen auf eigenen Füssen stehen. Für die jungen Menschen ist die erste Wohnung immer ein grosser Schritt. Die Jungen merken aber auch, dass ein eigener Haushalt deutlich mehr Arbeit und Kosten mit sich bringt. Auf was müssen junge Erwachsene finanziell achten, wenn sie von zu Hause ausziehen und fast älteren? Wie sind die Jungen dann versichert? Wo entstehen gefährliche Lücken? Darüber reden wir jetzt mit Heinz Schumacher, Generalagent bei der Helfetia Zug. Was sind die wichtigsten Schritte, die man sollte berücksichtigen, wenn ein Junge zu Hause auszieht? Ja, man sollte sicher eine Budgetplanung machen, weil die eigenen vier Wände sind immer mit Kosten verbunden. Und dann muss man auch an andere Sachen denken, wie zum Beispiel irgendwann den Umzug organisieren, die Adressänderung machen, bei der Gemeinde vorbeigehen oder auch ein Mietzinsdepot eröffnen oder eine Mietzins-Kautionsversicherung abschliessen. Eine eigene Wohnung in Steuerkosten sind deutlich höher als im billigen Hotel Mama. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass ein Junge sich überhaupt eine eigene Wohnung leisten kann? Ja, eine Faustregel sagt, dass die Miete nicht mehr als ein Drittel vom Lohn sollte ausmachen. Und dann muss man auch daran denken, dass die Miete nicht das Einzige ist, was dann anfallen tut. Wenn man die Wohnung bezieht, hat man Anschaffung wie Möbel, Geschirr usw. Aber es gibt auch laufende Kosten, wie zum Beispiel die Stromrechnung. Und im Idealfall ist es so, dass man auch etwas auf die Seite tun sollte können. Und darum ist eine Budgetplanung sehr wichtig. Folgen hat der Aussaug der erwachsenen Kinder von zu Hause auch für die Eltern. Was müssen Sie einachten? Ja, Sie müssen daran denken, dass sie die eigenen Polissen auch aktualisieren, wie zum Beispiel eben die Hausratsversicherung. Da können Sie es sogar sparen, oder? Genau, es gibt eine Veränderung dort. Und dann ist es so, dass auch bei der Krankenkasse gewisse Änderungen passieren können. Zum Beispiel haben die Zusatzversicherungen immer Familienrabäte drin. Wenn jemand auszieht, kann der sich reduzieren oder sogar ganz wegfallen. Wenn junge Erwachsene im Hotel Mama Ade sagen und ausziehen, hat das auch Folgen für ihre Versicherungsdeckung. Die Tatsache geht bei der Begeisterung über die neue Wohnung oft vergessen. Man investiert als Junge viel Zeit in die Möblierung der neuen Wohnung, vergisst aber nicht selten, dass die Hausratsversicherung der Eltern nicht mehr gilt, wenn man sich an den neuen Ort anmeldet. Auch punkten Versicherungsschutz profitiert man nicht mehr vom Hotel Mama und geht im schlimmsten Fall das Risiko ein, dass man im Schadenfall ohne Deckung dasteht, weil man sich nicht um die Versicherungen kümmert hat. Ein Schumacher als Junge hat man meistens ein enges Budget. Welche Versicherungen sind zwingend notwendig, auch wenn man wenig Geld hat? Ich empfehle mindestens eine Privatsachpflicht oder eine Hausratversicherung abzuschliessen. Die Privatsachpflicht deckt die Schäden gegenüber den Dritten. Da sind also auch Mieterschäden versichert. Dort empfehle ich immer, dass man schaut, dass man möglichst keinen Selbstbehalt oder einen tiefen Selbstbehalt vereinbare. Bei der Hausratversicherung ist das eigene Halb- und Blut versichert. Dort sind die Branchen z.B. Feuer, Elementar, Wasserschäden oder Einbruch, Diebstahl versichert. Wenn man Streitigkeiten mit dem Mieter hat und das abdeckt will, dann ist es wichtig, dass man eine Rechtsschutzversicherung abschliessen. Wie ist es, wenn man noch in der Ausbildung ist und doch eine eigene Wohnung bereits als Junge hat? Kann man die Prämien sparen, indem man die Heime bei den Eltern angemeldet bleibt, aber als Wochenaufenthalter eigentlich dann die eigene Wohnung hat? Ja, das ist möglich, dass das der Fall ist. Aber es ist so, dass alle Gesellschaften ganz unterschiedliche Regelungen haben. Wichtig ist, dass man in den Polissen erwähnt ist. Also wenn man einen Wochenaufenthalter hat, dass sicher der Name in den Polissen erwähnt ist. Und vor allem bei der Privatsachpflichtversicherung gibt es auch ganz andere Deckungen. Da gibt es Gesellschaften, die bis 18 oder 20 oder länger versichern. Und darum ist es ganz wichtig, wenn man nicht böse Überraschungen erleben will, dass man das mit dem Versicherungsberater anschaut. Trotz engem Budget wird auch für die Jungen die Altersvorsorge, die früh im Stadium eigentlich immer wichtiger. Welche Punkte gibt es da zu beachten, damit man eben später nicht auch finanzielle Probleme bekommt? Je früher das man fährt an, mit Sparen je besser. Man kann zum Beispiel schon früh ein 3A-Konto oder 3A-Polissen abschliessen und so Geld für später auf die Seite tun und damit aber auch Steuersparen. Und zum anderen ist es so, dass wir auch im 2018 immer noch der maximal abzugbare Betrag, der ist 6'768 Franken. Also wenn man den einzahlen kann, kann man da massiv Steuersparen. Danke einmal Heinz Schumacher. Digitalisierung und die schon fast grenzenlosen Möglichkeiten vom Internet verändern unsere Gesellschaft und die Wirtschaft. Auch als Anleger und Bankkund türen sich für uns dank der Digitalisierung neue Teure und Möglichkeiten auf. Man zeigt welche Chancen der digitale Kanal für uns alle bietet und wie man auch als Not-Tech-Freak unkompliziert einen Zugang dazu findet. Schaut es Ihnen, es lohnt sich. Einen schönen Abend. Geld ist Ihnen präsentiert worden von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Und Swisscanto Invest, Ihr Partner für Anlagen und Vorsorgelösungen. Vielen Dank. Vielen Dank.